Jetzt ist die Kursentwicklung nicht immer gleichbedeutend mit der Entwicklung des Börsengeschäfts. Wie geht es dem Unternehmen Wiener Börse in so einer Phase? Ist es eigentlich gut, wenn dann viel gehandelt wird, auch wenn viel verkauft wird? Ja, absolut. Das Geschäft der Börse ist natürlich vornehmlich die Organisation des Handels und insofern basiert unser Geschäftsmodell auf der Umsatztätigkeit unserer Handelsteilnehmer. Die hat in 2020 doch deutlich zugenommen im Rahmen der Corona-Herausforderungen. Und deswegen blicken wir 2020 auf ein sehr gutes Geschäftsjahr, weil beide Komponenten funktioniert haben. Sowohl der Handel mit den doch deutlich gesteigerten Handelsumsätzen, aber auch unsere übrigen Geschäftsfelder. Wenn Sie mal kurz schauen, vielleicht macht das Sinn hier auf eine kurze Darstellung zu schauen. Ja, vielleicht auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Schauen Sie nur auf die roten Flecken. Da ist sie, die Wien-Prager-Börsegruppe. Wir betreiben also zwei Nationalbörsen mit dem ganz klassischen Geschäft, nämlich Anleger A mit Anleger B auszutauschen auf der Handelsplattform. Wenn Sie dann weiter auf das hellblaue schauen, da sehen Sie schon eine weitere wesentliche Ertragssäule, nämlich die IT-Services. Da steht dahinter der Betrieb von Börsen in technischer Hinsicht. Also wir betreiben von Wien aus nicht nur unseren eigenen Markt, sondern auch den Prager Markt, den Budapester Markt, den Zagrepper und den Leibacher. Also fünf Börsen insgesamt. Wenn Sie dann auf diesen weiteren grauen Bereich schauen, das ist der Bereich, wo wir die Indizes entwickeln. Darunter die allermeisten Nationalindizes der Region. Naja, und dann geht es schon ins Braun rüber. Aber da sitzen nämlich unsere Kunden. Die Wiener Börse ist eine sehr internationale Börse. 86 Prozent der Order kommen aus dem Ausland. Also Sie sehen, das Bild zeigt eigentlich schön, wo unsere Produktionsbasis ist, wo wir unseren Footprint haben sozusagen. Und die Kunden sitzen dann allerdings vornehmlich in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten. Vielleicht können wir noch weiter auf die zweite Folie schauen. Da steht Fieberthermometer nicht wegwerfen bei erhöhter Temperatur. Was hat es damit auf sich? Naja, wir haben im Rahmen der Corona-Krise ja vielfache regulatorische Diskussionen gesehen. Und die rangierten also von der Frage, soll man Börsen in solchen kritischen Situationen nicht ohnehin vollständig schließen, bis hin zur Frage, ob den Unternehmen die Staatshilfeempfang gestattet sein soll, Dividenden auszuzahlen. Bei der ersten Frage sind wir nun unmittelbar betroffen und wir haben immer gesagt, das ist ein historisch sehr, sehr schlechtes Instrument. Das hat sich nicht bewährt. Das ist ja vielfach versucht worden in der langen, langen Börsengeschichte. Und es ist auch marktinfrastrukturell alles andere als zu empfehlen, weil die Börse hier letztlich nur kalkulatorischer Ausdruck der tatsächlichen Gegebenheiten am Markt ist. Es ist also das berühmte Blame the Messenger, der Bote, der sozusagen hier einfach hinaus zitiert werden würde. Und wir haben immer gesagt, Mensch, nutzt doch diesen Indikator, der ja übrigens auch Realtime funktioniert. Und benutzt es andererseits sozusagen zum Steuern durch die Krise, denn man kriegt ein reales Abbild und haben das dann eben immer mit diesem Bild verglichen. Naja, Börse schließen ist wie Fieberthermometer wegwerfen in dem Moment, wo es anfängt Fieber anzuzeigen. Das macht man ja auch nicht. Sie haben auch davor gewarnt, dass sich die Kurse dann auf anderen Plattformen bilden würden oder der Handel würde sich dann auf andere Plattformen verlagern, weg von der Börse. Es wäre nicht so, dass der Handel still steht. Absolut, also völlig richtiger Hinweis und eigentlich der entscheidende technische Hinweis, ja, es ist ein internationaler Markt. Und eine Wiener Berger, eine Erste Bank, eine Raiffeisen, die können Sie eben nicht nur an der Wiener Börse handeln. Wir sind zwar der Haupthandelsplatz, aber die können Sie auf 150 weiteren Plattformen handeln. Und die Mehrheit dieser Plattformen übrigens auch außerhalb des regulatorischen Zugriffs Österreichs und auch außerhalb des Zugriffs der Europäischen Union. Also das ist nicht zu verhindern. Naja, und wenn damit weniger Liquidität gehandelt wird, dann werden die Schwankungen im Zweifel größer. Das kann volkswirtschaftlich und auch auf den Privatanleger bezogen niemand wollen. Gut, die zweite Seite der Wiener Börse ist auch ein Bezugspunkt für heimische Anleger. Heimische Anleger sind ja tendenziell sehr zögerlich, wenn es darum geht, einen Teil ihrer Ersparnisse auch in Aktien zu investieren. Und häufig, wenn sie es dann wagen, in manchmal etwas ungeschickter Art und Weise und kehren dann den Kapitalmarkt und der Börse vorschnell den Rücken. Können Sie vielleicht unseren heimischen Anlegern und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Wegweiser geben, wie man langfristig vernünftig am Aktienmarkt investiert? Ja, also ich glaube, Sie haben die Tragik, die weit verbreitete Tragik bei Privatanlegern gut umschrieben. Wenn die Märkte laufen, dann kriegt das mediale Aufmerksamkeit. Jeder nimmt das wahr. Alles drängt an die Börse. Und das nur ausgerechnet der Zeitpunkt, wo es noch am wenigsten Sinn macht. Also dann, wenn keiner eigentlich von der Börse spricht, wenn die Stunde am schwärzesten ist, dann müssen sie investiert sein. Und das leitet dann wiederum über zu der großen Frage, sollte man sich als Privatanleger also mit dem sogenannten Market Timing beschäftigen? Sollte man sich gesteigerte Gedanken machen, wann man ein- und aussteigt? Und da muss ich doch sagen, nein, das sollte man nicht. Ich habe deswegen nämlich einen ganz einfachen Rat. Weil es also erstens so ist, dass man erstmal säen muss, um irgendwann zu ernten. Und man sät am besten dann, wenn die Kurse nicht schon astronomische Höhen erreicht haben. Also wenn es denn so ist, dass man im Markt sein muss, wenn es losgeht. Und wenn es zweitens so ist, dass sich historisch doch erwiesen hat, dass dieses Market Timing sehr schlecht funktioniert. Und zumal für Privatanleger sehr schlecht funktioniert. Die Amerikaner haben einen wunderbaren Spruch, der das wirklich auf den Punkt bringt. Time in the market beats timing the market. Also langfristig im Markt zu stehen und regelmäßig hinein zu investieren, bringt wesentlich mehr, als den Markt zu timen. Und das ist auch meine Erfahrung übrigens nach über zwei Dekaden als Privatanleger ja auch am Markt. Die einzig verlässliche Regel ist langfristiges, regelmäßiges Aktien sparen. Und durchaus natürlich den Mut und die Bereitschaft, auch solche Phasen auszusitzen. Eine einheitliche, historische Erfahrung in Friedenszeiten ist immer ganz wichtig, ist doch substanzielles, langfristiges Wirtschaftswachstum und Aktienkurse, die das dann auch naturgemäß reflektieren. Und wer also als Privatanleger sich auf die gebotenen Zeiträume 10, 20, 30 Jahre am besten lebenslang einlässt, der ist auch am Aktienmarkt auf der sicheren Seite. Und ich kann von jedem Versuch des Market Timings nur deutlich abraten. Ein Kollege, ein Deutscher Journalist meinte unlängst, eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung und kein Lottoschein. Welche Erträge sind denn langfristig erwartbar, um das einordnen zu können für Privatanleger? Oh ja, das ist in diesen postökonomischen Zeiten schon eine Feststellung. Vor 20 Jahren hätte man das vielleicht noch als Binsenweisheit entgegengenommen. Aber ja, man muss das heute erklären, dass das Aktieninvestment eine Sachwertinvestition ist. Sie ist damit übrigens auch inflationsgesichert. Das ist ja das Tolle an der Investition in Aktien. Und das hat mit dem Lottoschein und dem Casino und was da sonst noch so an medialer Zerrwahrnehmung rumfliegt, nun wirklich nichts zu tun. Es ist eine große Tragik, dass diese Nähe immer wieder hergestellt wird. Und bei den zu erwartenden Renditen muss man, glaube ich, realistisch sein. Denn auch hier gilt für den Privatanleger, wenn er langfristig anlegt, worin soll er das tun? Ich glaube nicht, dass es für den Privatanleger Sinn macht, für den durchschnittlichen Privatanleger, der sich nicht über Gebühr damit beschäftigen will oder kann, Einzeltitel auszuwählen. Der Privatanleger sollte in ein breit gestreutes internationales Depot investieren und das regelmäßig mit einem Sparplan. Naja, und durch diese Diversifikation, also die Risikosenkung, die damit einhergeht, würde ich derzeit von der Zellrendite langfristig von 7-8% ausgehen. Und da liegt sie historisch übrigens auch über die langen Zeiträume. Wenn Sie sich die Durchschnittsrenditen seit den 70er Jahren anschauen, dann sind wir genau in diesem Bereich. Das heißt allerdings bei der Volatilität der Märkte natürlich einzelne Jahre darunter mit überbordendem Zuwachs und andere Jahre, wie das vielleicht derzeit im ATX ist, mit überdurchschnittlichen Abschlägen. Aber nochmal, das ist ganz wichtig, das nivelliert sich langfristig immer aus und die Durchschnittsrenditen gibt es nur bei den langen Anlagezeiträumen. Das ist, wer also sich darauf nicht einlassen möchte als Privatanleger, weder also auf das breit gestreute Depot noch auf die langen Anlagezeiträume, der kann das machen. Das schließt die nicht vom Markt aus. Aber je mehr sie sich von dem breit gestreuten Depot hin zur Einzeltitelauswahl bewegen, je mehr sie sich von den langfristigen Horizonten auf die kurzfristigen orientieren, umso mehr kommen sie von dem Bereich der Investitionen, dem Bereich der Spekulation. Und das sollte jedem klar sein. Jetzt ist das immer wieder Thema, dass man das in Österreich fördert, die Investitionen, dass man auch Aktien sparen fördert, für die Altersvorsorge der Wehrbauchunterstützung der Politik wünschenswert. Die hat es in den vergangenen Jahren nicht immer in der gewünschten Form gegeben. Im Regierungsprogramm stehen einige erfreuliche Dinge drinnen aus Börsesicht. Tut sich da irgendwas? Ist irgendwas absehbar? Sie haben uns da, glaube ich, auch eine Folie mitgebracht. Ja, also die Frage, ob sich da was tut, ist ja leicht beantwortet, denn es gibt eine Hinwendung zum Kapitalmarkt der Regierungskoalition, nicht erst übrigens der aktuellen Regierungskoalition, sondern durchaus auch der vorherigen. Und diese Hinwendung ist nicht nur gefühlt und verbalisiert, wir waren ja zusammen in New York noch mit Finanzminister Löger damals, sondern sie hat sich auch dann im neuen oder mittlerweile nicht mehr so ganz im neuen Regierungsprogramm niedergeschlagen. Und was steht da drin? Naja, genau die Punkte, die wir hier auch aufgeführt haben, die Kapitalertragsteuerbefreiung, wenn man denn seine Aktien länger als ein Jahr hält oder auch bitte jeden anderen zu diskutierenden Zeitraum. Ja, ich finde ja die Anknüpfung an die alte Regel die wirklich gekonnteste, weil es schlicht immer so sein wird, dass wir da mit den internationalen Standards doch mit schwingen müssen und dass das, wo wir herkommen, das ist auch eine verbreitete, anerkannte Haltegrenze. Und übrigens, was wollen wir denn mit so einer Spekulationsfrist? Ja, so hieß sie ja auch früher. Wir wollen ja die Investition, nicht die Spekulation. Wir wollen die ruhigen Hände, nicht die zittrigen. Und wenn sie den Zeitraum über zwölf Monate ausdehnen, sie haben da kaum einen Zugewinn. Also der Grenznutzen ist extrem abnehmend. Also die zittrigen Hände, die haben sie nach elf Monaten auch schon draußen und beim vierzehnten Monat hat das kaum mehr stabilisierenden Faktor. Ich fand die Behaltefrist deswegen auch immer schlicht gerecht übrigens. Insbesondere im Hinblick auf die Privatanleger. Die machen das, was wir von ihnen verlangen, nämlich selbst für ihre Zukunft vorzusorgen, auch ihre eigene Wohlfahrtsentwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Gehen arbeiten, werden aus dem Arbeitseinkommen besteuert. Jetzt nehmen sie ihr Arbeitseinkommen und tragen es dann in ihre Anlagen und dann werden sie nochmal besteuert. Das verstehen die nicht oder empfinden das zumindest subjektiv als Doppelbesteuerung. Und deswegen macht das wirklich Sinn, hier die langfristige Kapitalanlage zu inzentivieren, indem man auf eine solche Steuerbefreiung dann hinwirkt. Es ist ein wunderbares Instrument auch zur Krisenbewältigung, weil es allgemein und breitenwirksam ist, bezieht sich ja nicht nur auf die Aktienseite, sondern auch auf die Anleihenseite, auf die Zertifikate, auf die Bonds, auf die ETFs und alle Mischformen davon. Also ein schön breitenwirksames Instrument, nach dem wir ja alle suchen, auch im Rahmen der Krisenbewältigung. Und ich glaube, das ist wirklich das Gebot der stundentliche Regierungsprogramme schlicht umzusetzen. Ja, das ist wirklich extrem wichtig. Bevor wir zu den Publikumsfragen kommen, noch eine Frage von meiner Seite. Der Standort Österreich, wie profitiert er von dem heimischen Aktienmarkt aus Ihrer Sicht? Also es ist der Standort Österreich ein traditioneller Industriestandort mit einer wunderbar diversifizierten industriellen Basis, die natürlich in großen Teilen von Familienunternehmen betrieben wird. Und die Funktion, die der Kapitalmarkt hat in Österreich, ist die, die er in jeder anderen Volkswirtschaft auch hat. Sie haben das am Emissionsgeschehen im letzten Jahr wunderbar gesehen. 2019 hatten wir ja drei Neuzugänge an der Börse mit der MarinoMed, mit der Frequentes und mit der Adigo Bank. Und bei der MarinoMed klassischste Innovationsfinanzierung. Etwas, was kein Bankkredit dieser Welt leistet. Und bitte nicht falsch verstehen, Österreich ist extrem erfolgreich auf der Bankseite durch ein sehr gut entwickeltes Banken- und Kreditwesen. Aber ja, strukturell ist die Innovationsfinanzierung, die braucht eben Risikokapital. Da ist der Kredit das falsche Produkt. Und insofern hat der österreichische Kapitalmarkt da seine Funktionsfähigkeit bei der Innovationsfinanzierung nachgewiesen. Genauso bei eventuellen Nachfolgeregelungen. Genauso bei der Frage, wenn Altaktionärer, einen Exit suchen und ihre Gesellschaften ins Publikum tragen wollen. Also das sind die klassischen Funktionen, die der Kapitalmarkt und die Börse dann als zentrale Infrastruktur ausübt. Und das macht sie in Österreich genauso wie an jedem anderen Punkt. Eins ist aber schon wichtig, nochmal zu betonen. Wir werden auch in dieser Krise, wie das Amen in der Kirche, feststellen, dass diejenigen Volkswirtschaften mit entwickelten Kapitalmärkten sich sehr viel rascher von der Krise erholen werden, sich sehr viel nachhaltiger erholen werden und die weitaus größeren Wachstumsraten vorweisen werden. Und deswegen ist der Appell an die Politik, den Kapitalmarkt zu fördern, so essentiell. Bleibt noch Zeit für eine ganz kurze Publikumsfrage. Österreich ist ein Hochtechnologieland. Es kommen aber relativ wenig Hochtechnologiewerte neu nach an die Börse. Das schließt gleich an an Ihr Statement. Gerade kann man sich da auf weitere Werte freuen. Sind Sie da guter Dinge, dass wir da mehr solche Unternehmen in Zukunft an der Börse sehen werden, wie zum Beispiel eine Marino-Med? Also wir bemühen uns da sehr drum. Es gibt in Österreich reges Interesse, auch an öffentliche Kapitalmärkte zu gehen. Ansonsten gilt das, was ich immer sage, die Güte des Hauses beweist sich in der Diskretion. Es gibt einen einzigen, der diese Börsengänge steuert. Das ist der Emittent. Also der Emittent und nochmals der Emittent, das Unternehmen selbst. Danke, Christoph Wohschern. Bei uns geht es in fünf Minuten weiter mit glänzenden Investments, nämlich mit Gold und Edelsteinen. Bleiben Sie dran.